Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follower bei Spotify oder natürlich auch einen Kommentar bei YouTube. Denn heute geht es um eine News, die ist durch die MMA-Welt gegangen, so schnell wie sonst nur Kampfankündigungen von McGregor und Rhabib. Denn laut Kenny Florian, einem UFC-Kommentator, viele kennen ihn auch noch, als die UFC bei Fox lief, da hat er viele Analysen und so weiter gemacht, ist auch ein Ex-UFC-Fighter. Kenny Florian hat einen Podcast zusammen mit John Ennick, einer der besten UFC-Kommentatoren, die es in meinen Augen gibt. Und in diesem Podcast hat Kenny Florian gesagt, dass er aus einer sicheren und sehr vertrauenswürdigen Quelle gehört hat, dass Georges St-Pierre sich aktuell für einen Kampf gegen Rhabib vorbereitet und dieser Kampf in Arbeit ist, dass die UFC aktuell daran arbeitet, GSP gegen Rhabib zu buchen. Beziehungsweise, ja, dieser Fight ist in der Mache, in the works und damit hat wohl keiner gerechnet. Ich persönlich auch nicht. Ich persönlich finde diesen Kampf relativ unattraktiv, einfach weil man verstehen muss, GSP wird bald 40, GSP hat in den letzten Jahren so gut wie gar nicht gekämpft, das heißt in den letzten sieben Jahren zweimal, dreimal und Rhabib auf der anderen Seite sehr, sehr aktiv. Ähm, ich kann verstehen, dass das ein großer Money-Fight ist, ein großer Legacy-Fight, wenn man ihn dann vielleicht im, ja, Super-Lightweight bucht, 165 Pfund, das ist eine Gewichtsklasse, die müsste die UFC erst schaffen, oder ein Welterweight, oder natürlich, vielleicht kommt die UFC natürlich auch auf ganz andere Ideen und kreiert einen eigenen Gürtel, denn wir haben bei Marci Vidal gegen Diaz gesehen, dass die UFC prinzipiell nicht davon abgeneigt ist. Warum also nicht? Und ich werfe diese Idee einfach mal in den Raum. Ein Legacy-Belt, ein Goat-Belt. Ne, dann geht's nicht um den BMF, sondern um den Goat oder irgendwie sowas. Das wäre eine coole Idee. In so einem Rahmen würde ich den Kampf gerne sehen, wenn wir von einem Titelkampf reden, ungern dann über den wirklichen Championship im Lightweight, weil wir da einfach Chandler, Oliveira und so weiter haben. Das heißt, wir haben da genug Kämpfer, die hungrig sind, Kämpfer, die heiß sind und GSP gegen Khabib, wenn ja, dann vielleicht mit so einem Fantasy-Gürtel, will ich das mal nennen, so wie der BMF-Belt einfach. Auf jeden Fall ist dieser Kampf in der Mache. Die UFC arbeitet an Khabib gegen Georges St-Pierre und versucht diesen Kampf zu buchen. Das war's mit der News-Episode. Haut mir eure Meinung jetzt auf jeden Fall unten in die Kommentare. Seid ihr überrascht davon? Oder sagt ihr, hey, war doch von Anfang an klar, dass Khabib gegen GSP kämpfen wird? Schreibt's mir unten rein, lasst gerne einen Daumen nach oben da und die Bewertung nicht vergessen. Und damit bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.